Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, gibt es einen Fehler, den nahezu jeder macht. Dieser Fehler kostet Anleger Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen von Euro. Wenn du wissen willst, welcher Fehler das ist und wie du es besser machen kannst, jetzt dranbleiben. Altersvorsorge ist ein Thema, über das niemand so gerne spricht. Man will es so richtig wahrhaben, dass man etwas machen muss, aber man kommt nicht drum herum. Deswegen machen immer mehr Deutsche etwas dagegen. Das heißt gegen Altersarmut. Sie wollen Geld ansparen, sie wollen irgendwie für das Alter vorsorgen. Wie macht man das aber am besten? Ich habe kürzlich eine Reportage gesehen, und zwar vom Südwestrundfunk, SWR. Keine Angst, ich schaue eigentlich keinen Fernsehen, aber auf YouTube gab es eine Reportage. Ich mache dir mal hier ein Screenshot rein, dass du dir die mal anschauen kannst. Die hat auch, wenn ich hier mal so schaue, weit über 100.000 Aufrufe in ein paar Tagen gehabt. Das ist scheinbar ein Thema, was doch die Leute interessiert. Als ich mir das angeschaut habe, ist genau dieser eine Fehler wieder aufgetaucht. Was ist der Fehler? Ich will dir das mal ganz kurz aufzeichnen, damit du siehst, was ich meine. Eine kurze Story aus dieser Reportage. Ein Ehepaar, das sind jetzt mal die hier, das ist jetzt Kunde X, die gehen zu einem Berater und schließen ein Produkt ab. In dem Falle ist das eine Riester-Rente gewesen. So, Riester. Okay, und jetzt stellen sie natürlich nach ein paar Jahren fest, das ist ein ziemlicher Mist. Da geht fast alles für Gebühren drauf, am Ende kommt nichts raus. So, und jetzt passiert der große Fehler. Sie haben hier, sind zu einem Berater gegangen, haben eine Riester-Rente gemacht und was machen sie jetzt? Sie stellen schon mal fest, das ist schon mal positiv. Okay, hier diese Riester-Rente, die ist es nicht. Also die ist nicht viel wert, deswegen, komm, die streichen wir. Aber was machen sie als nächstes? Und das ist der Fehler. Nämlich jetzt gehen sie zum nächsten Berater, der macht in dem Falle Gold. So, und jetzt entscheiden sie sich für eine Altersvorsorge im Thema Gold. Jetzt denkst du vielleicht, der Fehler wäre, dass Altersvorsorge über Gold nicht funktioniert. Aber darum geht es überhaupt nicht. Sondern das Problem ist, und das ist der Fehler, dass sie wieder etwas machen, was eben 99% der Leute machen. Nämlich sie gehen zu einem Berater. So, und weil der Berater eben in dem Falle hier, kommen wir weg. So, weil der Berater eben hier Gold empfiehlt, empfiehlt er Ihnen, oder bzw. was mit Gold zu tun hat, empfiehlt er Ihnen natürlich etwas zum Thema Gold. Jetzt überlegt mal, was wäre denn passiert, wenn Sie gesagt hätten, Sie gehen zu einem Berater, der Immobilien macht. Was hätte der Ihnen denn empfohlen? Du musst deine Altersvorsorge in Immobilien machen. So, jetzt wären Sie zu einem Berater gegangen, der gesagt hätte, ETFs. So, der hätte gesagt, du musst einen Altersvorsorge mit ETFs machen. Oder Sie wären zu einem Berater gegangen, der hätte gesagt, Lebensversicherung oder Rentenversicherung. Was hätte der Ihnen gesagt? Du musst eine Beratung machen zum Thema, oder du musst nicht keine Beratung, sondern du musst eine Altersvorsorge machen mit Rentenversicherung. Und wenn Sie vielleicht noch zur Bank gegangen wären, dann hätte die auch irgendein Produkt gehabt. Und wenn Sie zu einem Vermögensverwalter gegangen wären, dann hätte der auch irgendein Produkt gehabt. So, und jetzt sag mir mal, was ist denn jetzt hier das beste Produkt? Ist es Gold? Ist es die Riester-Rente? Sind es die Immobilien, der ETF? Was ist jetzt das beste Produkt? Und ich glaube, du wirst mir zustimmen, das beste Produkt gibt es überhaupt nicht, sondern es gibt immer nur Produkte, die für den jeweiligen Kunden passen. Aber was viele hier nicht beachten ist, dass es hier einen extremen Interessenkonflikt gibt. Und zwar mit jedem Einzelnen hier. Warum? Stellt euch mal vor, diese Kunden hier, also die hier, die wären zu dem Goldberater gegangen. So, halt, machen wir mal zurück. Die wären zu dem Goldberater gegangen. So, und der Goldberater hätte sich mit denen hingesetzt und hätte ihre ganze Lage analysiert und hätte dann festgestellt, also Gold ist für die nichts. Warum? Die wollen zum Beispiel regelmäßige Einnahmen haben. Die wollen Cashflow haben. Die wollen, dass da immer etwas ausgezahlt wird. Hätte der ihnen von Seiten seines Produkts etwas anbieten können? Natürlich nicht. Er hätte ihnen nichts anbieten können, weil er aber ein Geschäft machen will, sagt er, Gold ist für dich das Beste. Und übrigens genauso, und das hat nichts mit dem Goldhändler zu tun, geht es dem, der die Lebensversicherung anbietet, dem, der die ETFs macht, die Immobilien, die Bank, die Vermögensverwaltung. Das heißt, die bieten immer ein Produkt an, was sie gerade haben. Die können gar nicht individuell auf den Kunden eingehen. Das hat also nichts damit zu tun, dass das Produkt schlecht wäre, sondern dass der Kunde – und das ist das eigentliche Problem – sich freiwillig in einen Interessenkonflikt mit dem jeweiligen Produktanbieter begibt. Was ist jetzt die Lösung? Können wir jetzt hier sagen, die Lösung ist jetzt eindeutig das Produkt oder das Produkt? Können wir nicht, sondern die Lösung? Die ist ganz einfach. Nein, ganz einfach ist sie nicht. Es ist sogar die, die vielleicht am aufwendigsten ist. Aber es ist die einzige, die funktioniert. Nämlich Verantwortung. Wie Verantwortung? Was meinst du jetzt, Jens? Schau mal, es ist doch deine Altersversorgung. Es geht dir dieses Geld, was du jetzt anlegen willst, erarbeitet. Du möchtest das Geld anlegen. Wer kann denn deine Interessen am allerbesten vertreten? Nur du. Das heißt, als allererstes musst du sagen, nicht der Produktanbieter der Riesenrente ist schlecht oder der Goldhändler oder die Vermögensverwaltung oder sonst irgendjemand, sondern du musst sagen, ich bin verantwortlich für meine Altersversorgung. Ich muss das selber in die Hand nehmen. Und jetzt werden viele sagen, ja, ich habe da überhaupt keine Ahnung. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Ich verstehe doch nicht, ob Gold gut oder schlecht ist. Ich verstehe doch nicht, ob Immobilien gut oder schlecht sind. Und da kommt wieder Verantwortung. Das heißt, du musst jetzt losgehen und musst dich über diese Dinge informieren. Nehmen wir mal das Beispiel hier aus dieser Doku, wo die Leute sagen, sie haben eine Riesenrente gemacht und stellen jetzt ein paar Jahre später fest, sie ist falsch. Was haben sie denn falsch gemacht? Sie haben falsch gemacht, dass sie keine Ahnung hatten. Das heißt, sie haben sich wissenslos, also ohne Wissen, in die Hände eines Beraters begeben und der hat ihnen das Ding aufs Auge gedrückt. So. Und jetzt gehen sie aber weg und sagen jetzt nicht etwa, okay, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr wissen müssen, sondern sie sagen, okay, das war ein schlechter Verater. Der hat uns ein schlechtes Produkt verkauft. Und jetzt gehe ich zum nächsten und erwarte aber, dass das jetzt einer ist, der 100% meine Interessen vertritt. Wie soll das funktionieren? Irgendwann stellen sie fest, nach ein paar Jahren, oder vielleicht ist das Gold auch nicht das Richtige. Komm, lass uns zum nächsten gehen, lass uns zum nächsten gehen. Und irgendwann, und so geht es 90% der Deutschen, kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, so, jetzt bin ich in Rente, jetzt brauche ich meine Altersversorgung. Jetzt habe ich dort drei Groschen, dort drei Groschen, da vier Groschen. Am Ende kommt nirgendwo was raus. Und was wäre das einzig Richtige, was sie machen müssten? Das Richtige ist, du musst deine Geldanlage selber in die Hand nehmen. Das heißt, du musst dich als allererstes informieren. Wenn du also glaubst, Gold ist eine tolle Sache. Und das kann ja durchaus für dich zutreffen. Dann musst du dich aber informieren darüber. Aber bitte nicht aus einem Verkaufsprospekt eines Beraters heraus, der dir gerade ein paar Kilo Gold verkaufen will oder ein paar Unsen oder was auch immer. Sondern dann musst du dich mit dem Thema mal intensiv beschäftigen. Und bevor du zu einem Makler rennst und sagst, hey, pass mal auf, was hältst du davon? Sollte ich nicht vielleicht für meine Altersversorgung eine Immobilie kaufen? Was würdest du denn sagen? Nee, du, das halte ich für eine ziemlich dumme Idee, weil das ist mein Business, Immobilien zu verkaufen und deswegen glaube ich, sollten wir das nicht machen. Würde nicht machen. So, wenn du aber die Idee hast, dass du sagst, hey, ich glaube, Immobilien können gut sein, dann setz dich hin und mach verdammt nochmal deine Hausaufgaben. Lerne etwas über Immobilien. Aber ich muss doch jetzt was machen. Ich kann doch nicht erst ein Jahr warten und dann geht es los. Was ist denn besser? Jetzt was zu lernen, jetzt etwas zu verstehen und dann vielleicht auch in einem halben Jahr festzustellen oder in einem Jahr, das ist nichts für mich und lieber zu etwas anderem zu gehen, als zu sagen, ach komm, ich buddere da mal Geld rein und vielleicht stelle ich in vier, fünf Jahren fest, dass es nicht gut ist. Und das ist das Problem, was immer alle haben, weil alle ihren Hintern nicht hochkriegen und immer den leichten Weg gehen wollen. Ah, der Berater wird das schon für mich richten. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann ist es auch immer der Berater. Der ist dann immer schuld. In vielen Fällen stimmt das. Aber du musst die Dinge selber in die Hand nehmen. So, und schau, bei mir ist das auch nicht anders. Ich besitze Aktien, ich besitze ETFs, ich besitze, ja, Gold eigentlich nicht, bis schon an der Uhr, bis schon an den Ring, aber sonst eigentlich nicht, ich bin kein allzu großer Gold-Fan, aber ich besitze zum Beispiel auch viele Immobilien. Und wie habe ich das gemacht? Bin ich irgendwo hingegangen und habe gesagt, hey, du bist ein Anbieter von Immobilien, würdest du mir da was verkaufen, damit ich was lerne? Nein, ich habe vorher meine Hausaufgaben gemacht. Habe ich da Fehler gemacht? Definitiv. Aber heute verstehe ich was davon. Wie bin ich zu meinem Aktienbesitz gekommen? Indem ich mir im Laufe der Zeit Wissen angeeignet habe und das immer besser und immer besser gemacht habe und heute was vom Thema Aktien verstehe. So, und jetzt gibt es einfach Dinge, die habe ich nie gemacht, weil ich sie nicht verstehe. Und das ist einfach der Punkt. Du musst deine eigenen Interessen vertreten. Du musst selber losgehen und sagen, ich übernehme die Verantwortung, weil was anders ist es nicht. Alles andere ist immer wegschieben von Verantwortung. Der Berater, der ist schuld. Nein, der ist nicht schuld. Der hat genau das gemacht, was er machen muss, dass es sein Job ist, wie er ein Produkt verkauft. Weil es gibt so einen alten Spruch, wenn du einen Friseur fragst, ob du einen Haarschnitt brauchst, wird er immer sagen ja. Und wenn du einen Berater fragst, der was verkauft, ob er dir was verkaufen soll, wird er auch immer ja sagen. Und es wäre schlecht, wenn er es nicht machen würde. So, und deswegen übernimm Verantwortung für deine Alterversorgung, für deine Familie. Weil viele gehen das heute so ein bisschen, naja, komm, das wird schon irgendwie werden oder so. Aber was wird denn im Alter, wenn du kein Geld hast? Wer bezahlt denn dann für dich? Vorderstaat? Ganz bestimmt. Der kommt bestimmt für dich auf und sagt, komm her, hast dich 40 Jahre lang nicht gekümmert. Du bist jetzt derjenige, um den ich mich kümmere. Aber vielleicht deine Kinder. Wenn du ins Heim kommst, mal später, und deine Kinder müssen dann jeden Monat ihr Geld abliefern, damit du es dann schön hast, willst du das? Ich glaube nicht. Und deswegen übernimm Verantwortung und lern was. Wenn du was wissen willst zum Thema, wie man Altersversorgung mit Aktien machen kann, dann sind wir dein Ansprechpartner. Da können wir dir helfen. Wenn du sagst, ich möchte lieber was zum Thema Gold wissen oder lieber was zum Thema Immobilien, dann sind wir raus. Ich habe wahrscheinlich mehr Immobilien als die meisten Immobilienberater, aber das ist nicht unser Thema. Aber bei Aktien können wir dir definitiv helfen. Wenn dich das interessiert, die Adresse steht hier, jensraue.de-termin, trage dich ein. Dann können wir darüber sprechen, wie du lernen kannst, dir selber eine Altersversorgung mit Aktien aufzubauen. Vielleicht stellst du auch fest, Aktien sind nicht meins, weil sie zu sehr schwanken, weil ich das Risiko nicht aushalte. Aber du verstehst was davon hinterher. Und das ist der entscheidende Punkt. Du hast Wissen und das kann dir nie wieder jemand wegnehmen. Weil das einzige Produkt, das wir dir verkaufen, wir verkaufen nämlich auch was. Wir sind auch eine wirtschaftlich orientierte Firma. Aber was wir dir verkaufen, ist Wissen. Wir verkaufen dir kein Produkt. Wir wollen kein Geld von dir haben und sagen, leg es da und da oder da. Sondern, was wir dir geben, ist Wissen, dass du dein Geld selber anlegen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich bei uns. Und wenn dich für ein anderes Thema interessiert, dann such dir jemand anderen, der dir das Wissen vermitteln kann. Aber überlasse es nicht den Beratern, dass sie deine Altersversorgung in die Hand nehmen, sondern mach das selber. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.